Aus der Textbibel von 1906 Der erste Brief des Apostels Johannes Was von Anfang war, was wir gehört, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir geschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, ja, das Leben ist offenbar geworden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches war bei dem Vater und ist uns offenbar geworden. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft habet mit uns. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und diese schreiben wir euch, damit unsere Freude völlig sei. Und dies ist die Kunde, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergebe die Sünden und reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündiget. Und wenn einer sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist eine Sühne für unsere Sünden, nicht aber für die unseren allein, sondern auch für die ganze Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaft die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, er bleibe in ihm, ist auch verpflichtet ebenso zu wandeln, wie jener wandelte. Geliebte, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, welches ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht bereits scheint. Wer sagt, er sei im Lichte und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, und in ihm ist kein Anstoß. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hinkommt, weil die Finsternis seine Augen geblendet hat. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr erkannt habt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, Väter, weil ihr erkannt habt den, der von Anfang ist. Ich habe euch geschrieben, Jünglinge, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt und nicht, was in der Welt ist. Wenn einer die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und das Großtun des Geldes nicht von dem Vater ist, sondern von der Welt ist. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nunmehr viele Antichriste erschienen, daran wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte an ihnen offenbar werden, dass nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisset es alle. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und dass alle Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus sei der Christus? Der ist der Antichrist, der den Vater verleugnet und den Sohn. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch. Wenn es in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr im Sohne und im Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dieses habe ich euch geschrieben über die, die euch irreführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch belehrt über alles und wahr ist und ist keine Lüge und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er sich offenbar Zuversicht haben und nicht von seiner Seite beschämt werden bei seiner Ankunft. So ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit übt, aus ihm gezeugt ist, Seht, welch große Liebe uns der Vater bewiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn er sich offenbart, wir ihm ähnlich sein werden, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, so wie jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Ungesetzlichkeit, und die Sünde ist die Ungesetzlichkeit. Und ihr wisset, dass jener sich offenbarte, um die Sünden wegzunehmen und in ihm keine Sünde ist. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand soll euch irreführen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie jener gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist vom Teufel, weil der Teufel von Anfang an sündigt. Dazu hat sich der Sohn Gottes geoffenbart, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut nicht Sünde, weil sein Same in ihm bleibt, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Daran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Denn das ist die Verkündigung, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein aus dem Bösen war und erschlug seinen Bruder. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die aber seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben gelangt sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisset, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener sein Leben für uns eingesetzt hat. So sind auch wir schuldig, das Leben für die Brüder einzusetzen. Wer das Gut der Welt hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie soll die Liebe Gottes in ihm bleiben? Kinder, lasset uns nicht lieben mit Reden oder mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unser Herz vor ihm überzeugen, dass wenn unser Herz verklagt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verklagt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir irgend bitten, erlangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dies ist sein Gebot, dass wir dem Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, so wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geiste, den er uns gegeben hat. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele Lügenpropheten ausgegangen in die Welt. Daran erkennt den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennet Jesus Christus im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist das Wesen des Antichrist, wovon ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der in euch größer ist, als der in der Welt. Sie sind aus der Welt, darum reden sie aus der Welt heraus, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Truges. Geliebte, lasset uns einander lieben, weil die Liebe aus Gott ist, und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, weil Gott Liebe ist. Daran ward die Liebe Gottes an uns offenbar, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darauf steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und hat seinen Sohn gesandt als Sühne für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Gott geschaut hat niemand jemals. Lieben wir einander, so ist er bleibend in uns, und seine Liebe ist vollendet in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, weil er uns von seinem Geiste gegeben hat. Und wir, wir haben es geschaut und bezeugen es, dass der Vater den Sohn abgesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, welche Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe an uns vollendet, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts, weil, wie er ist, so auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil es die Furcht mit Strafe zu tun hat. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn einer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn der seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen. Und dies ist das Gebot, das wir von ihm haben, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und jeder, der seinen Erzeuger liebt, liebt auch den, der von ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wofern wir Gott lieben und seine Gebote tun. Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht drückend, weil alles, was aus Gott gezeugt ist, die Welt überwindet. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, als der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit dem Wasser allein, sondern mit dem Wasser und mit dem Blut. Und der Geist ist es, der zeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. So sind es drei, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut und die drei sind einig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, nun, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist Gottes Zeugnis, das er gezeugt hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis durch ihn. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht geglaubt hat an das Zeugnis, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das Zeugnis, dass uns Gott ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben in seinem Sohne ist. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dieses habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen er uns erhört. Und wenn wir wissen, dass er uns auf unser Bitten erhört, so wissen wir, dass uns die Bitten sicher sind, die wir von ihm erbeten haben. Wenn einer seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben, nämlich solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt eine Sünde zum Tode, davon rede ich nicht, dass man dafür bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, so gibt es auch Sünde, die nicht zum Tode ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott gezeugt ward, hält fest an ihm und der Böse rührt ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt im Bösen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und er hat uns Einsicht verliehen, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Das ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Schau, in welchem Leid die Menschen gefangen sind. Alles nur wegen Lügen, die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten, wodurch sie von einem Leben mit Sinnen getrennt sind. Was ist dir lieber? A. Mach es dir in der Haft bequem. Die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium, Kapitel 28, Vers 15 bis 68, beschrieben. Unglück wird euch begleiten. Ihr werdet Kinder zeugen, aber sie werden euch nicht gehören, sondern als Gefangene weggeführt werden. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen. Denn alles, was ihr erlebt, wird euch immer neue Angst einjagen. Was ist dir lieber? B. Hilf mit. Sei das eine Prozent, das losläuft. Möchtest du zu den Menschen ausgehen, damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird? Die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus, Kapitel 11, Vers 5, beschrieben. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet. Hilf mit, diese Welt zu verändern. Bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine Nächsten weiter. Kehre um und bleib auf dem geraden Weg. Klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf den Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet. Wenn du Lust hast, bestelle ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen. Also dann, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran, du bist wertvoll und wirst geliebt. Nur ein Tor lehnt zur Rechtweisung ab. Lass vom Unglauben ab, durch den so viel Zerstörung, Krankheit und Verwahrlosung angerichtet wird. Entwickel den Glauben zum Guten und Richtigen und sei kein Zerstörer. Denn das Fundament eines dunklen Ortes ist Genusssucht, Trägheit, Feigheit und Ignoranz. Denn in Jesaja, Kapitel 5, Vers 20-21 ist folgendes nachzulesen. Schlimm wird es denen agieren, die das Böse Gut und das Gute Böse nennen. Schlimm wird es denen agieren, die sich in ihren Augen für weise und selbst für klug halten. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de